Was geht euch meine liebe Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen und ja, ich hab ein Sex in the City Showdown, Freunde. Aber, erst einmal, ich wollte euch ein kurzes Update geben für die kommende Woche. Ihr hört es vielleicht noch, ich bin immer noch ein bisschen krank für die, die mir auf Instagram folgen. Die wissen das schon. Schaut euch gerne vorbei, ich bin nämlich ab heute im Urlaub und werde da gucken, dass ich jeden Tag die Tagefilme, die wir da verbringen. Deswegen, da wird schon einiges Lustiges und Verrücktes irgendwie passieren. Deswegen checkt das gerne ab, wenn ihr wollt, Link dazu in der Beschreibung. Wird aktiver mit den Bilder posten sein, die Storys werden, wie gesagt, da sein. Wir können ab und zu eine Q&A-Runde abends vielleicht am Strand oder so machen, so mäßig. Deswegen folgt mir gerne, wenn sie mir freuen, würde mich sehr freuen. Ansonsten habe ich für euch jetzt was vorproduziert. Also erstmal nochmal, sorry, dass letzte Woche, glaube ich, gar kein Video hier online kam. Ich war echt ein bisschen krank und hab dann hauptsächlich auf dem englischen Channel vorproduziertes Buch geladen. Aber, ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass es für euch Kacke war. Dass allgemein mal mehr auf dem englischen kommt und dafür eher weniger auf dem deutschen. Und ich bin auch ganz ehrlich mit euch, ich finde die Entwicklung auch nicht so nice so. Und hab auch gedacht, ey, ich muss das im Balance halten, dass ich beide Kanäle so gleich, das heißt, leicht behandle, aber so meinen Fokus auf beide Kanäle gleich lege. Es ist manchmal schwerer als gedacht, wenn jetzt zum Beispiel beim englischen Kanal extrem viel Content rauskommt, wo ich weiß, da muss ich was zu machen, da muss ich mich mit befassen, da muss ich fast sein so. Andererseits muss ich das auf dem deutschen genauso machen. Und dann wird immer irgendwie was vernachlässigt. Ich versuche aber in Zukunft beide Kanäle 50-50 gleich zu behandeln und wieder mehr reinzukommen in das Uploaden. Deswegen habe ich jetzt für euch, wie gesagt, auch gut was vorproduziert. Wir haben Shirin, wir haben Elif, wir haben aber auch Faribang und Capital, wir haben MyZap, wir haben Reportagen, weil viele von euch sich auch gewünscht haben, dass ich wieder mehr zu den Leuten was mache, wo ich vielleicht in der Vergangenheit mehr zu gemacht habe, so Back to the Roots mäßig. Was mir auch aufgefallen ist, und da muss ich auch ganz ehrlich mit mir sein, aber auch ganz ehrlich mit euch, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich auch die letzten Tage drüber nachgedacht, man. Da habe ich Real Talk einfach zu sehr auf die Klicks geachtet und mich davon zu sehr beeinflussen lassen. Was extrem schade ist und was ich nie wollte so mäßig und immer dachte, ja, Digga, das ist ja komplett Wayne, so wie Rooney und Batman an dieser Stelle. Aber, keine Ahnung, Mann, ich habe gemerkt, das hat mich doch zu sehr, vielleicht auch nur unterbewusst, ich weiß nicht, beeinflusst, aber dann hat man halt eher zu Leuten was gemacht, wo man wusste, okay, da kann ich jetzt so mehr Klicks mit machen. Das hört sich dumm an, so, weil bei den meisten Videos, so bei, ich würde sagen, 60% Videos, hier verdiene ich eh kein Geld, weil die geclaimt sind, gerade bei den großen Künstlern. Ich würde eher mehr Geld verdienen, wenn ich was für den Kleineren mache, weil die nicht claimen so hauptsächlich. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich es schade fand, dass ich selbst aus irgendeinem Grund, das war Real Talk eher unterbewusst, denke ich, dann zu den Leuten was gemacht habe, wo ich weiß, dass es da mehr Klicks und mehr Aufrufe gibt und was ich echt schade fand und finde und deswegen auch wieder gucken möchte, dass ich mehr zu den Leuten was mache, die ich früher mehr gehört und geguckt habe, aber immer noch gut finde, aber einfach nicht mehr so krass verfolgt habe, weil ich sie aus den Augen verloren habe, leider. Deswegen möchte ich da wieder mehr zu machen. Deswegen haben wir von Maisel uns Dämonen gegeben. Wir haben das Intro von der Charoid EP von Billy gegeben und es wird die Tage online kommen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und ich hoffe, ihr seid noch am Start dafür. Ich hoffe auch, ihr gebt mir ein bisschen Zeit noch so mit zwei, drei Wochen vielleicht, um wieder da reinzukommen, mehr zu uploaden, wieder mehr von anderen Leuten was zu machen, die Kommentare wieder aktiver zu lesen, zu beantworten, darauf einzugehen. Ich weiß, viele wünschen sich immer sehr, sehr viel. Ich möchte auch wieder mehr zu G-Talks machen. Jack von Crack, Freunde, auf dieses Julian Octagon Battle und so habe ich gar keinen Bock. Das werde ich in Real Talk nicht machen. Aber dass ich auch mehr für mich gucke, worauf habe ich wirklich Lust und worauf nicht. Wozu möchte ich was machen, wozu nicht. Deswegen kann ich verstehen, dass es einige enttäuscht hat, Digga. Und das tut mir ehrlich leid, weil, keine Ahnung, ich will gar nicht so emotional sein, Digga, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte nie so darauf achten, denn es ist irgendwie doch so geworden, dass, Digga, muss ich mir einfach selber auch eingestehen, dass es Kacke war. Und ich hoffe, dass es sich in Zukunft etablieren wird, dass es wieder mehr so wie früher wird und dass ich dann einfach ein breiteres Spektrum euch auch bieten kann und mir auch mehr Songs gebe, wo ich weiß, dass sie mir nicht gefallen sind. Weil viele Leute kommentieren immer, ey, Bro, du fühlst gefühlt alles so, was los. Und ich habe auch gemerkt, ich gucke im Vorhinein, also ich nehme extra nichts auf, wo ich weiß, dass es mir nicht gefällt, weil ich denke, Digga, ich will keine Raction machen, wo ich hier 10 Minuten miese Laune habe, weil mir der Song von, keine Ahnung, Aset und Albi nicht gefällt, weil ich auf Autotrimo nicht so krass stehe. Andererseits bin ich dann so immer in meinem kleinen Käfig gefangen und entdecke nie andere Leute, wo vielleicht wirklich mal was Gutes dabei ist. Und andererseits ist Kritik ja auch immer schön. Deswegen möchte ich daran auch mehr arbeiten, mehr Kritik zu geben, wo es berechtigt ist so und mir auch mehr Leute zu geben, wo ich weiß, okay, ich mag zwar eigentlich Aset und Albi zum Beispiel nicht bis auf ein, zwei Songs oder ich mag eigentlich KMN nicht oder ich mag eigentlich die und die nicht. Möchte mir trotzdem aber mal einen Song oder von Loredana oder so einen Song geben, um zu gucken, ob es mir vielleicht doch gefällt oder einfach, wenn nicht, dann halt einfach zu sagen, Digga, ist ein Scheißsong. So, dann habt ihr auch mal solche Reactions zu, weil ich auch gemerkt habe, dass das sonst vielleicht für euch zu eintönig ist. Deswegen, Freunde, nehmt mir das nicht übel, wenn das jetzt vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen dauert, um da richtig reinzukommen in diesen Flow. Aber erstmal bin ich jetzt auch fünf bis sieben Tage abschalten, Ostsee, habe aber für euch, wie gesagt, vorproduziert. Ich hoffe, es ist cool für euch. Und ja, man, ich hoffe, ich konnte ein, zwei offene Fragen vielleicht klären mit diesem Update-Video und dann kriegt ihr heute noch die erste Reaction. Ich weiß noch nicht genau, was ich hochladen werde, um das ihr Bescheid wisst. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer, Freunde. Und Kuss an alle, die jetzt schon seit drei, vier Jahre sind es fast, holy fuck, Digga, es sind fast vier Jahre. seit fast vier Jahren hier am Supporten sind. Kuss, kuss, kuss und dann sehen wir uns. Ciao.